Herzlich Willkommen, hier ist der Robert und bei mir ist der Günther Basler. Grüß dich Günther. Hallo Robert. Grüß dich. Leute, wir waren vor, wir haben gerade geguckt, es war glaube ich der 20.12. oder also um den Dreh 2019. Das heißt, das ist eigentlich schon fast drei Jahre her, unser erstes Video. Und das letzte, was wir für den Klo schon mal gemacht haben, das ist zwei Jahre her. Zwei Jahre. Hast du schon mal so einen Tag der offenen Tür, kann man so sagen, Einladung für deine Stammgäste? Das wird ja heute so sein. Und das kommt ja heute wieder so. Genau, dass wir heute ein Frühstück anbieten und die Leute sich dann hier aussuchen können. Einmal Korallen und zum zweiten habe ich euch beide, Claudia und dich Robert eingeladen, um gleich so eine kleine Talkrunde, Frage, Antwort, Spiel zu machen mit meinen Kunden. Weil doch viele Kunden sagen, den Robert und Claudia, den möchte ich mal gerne kennenlernen. Und wenn man dann auch so ein bisschen Insiderwissen bekommt, was man eben sagen darf von der Industrie, wo ihr beide ja sehr, sehr nah dran seid, da freut man sich heute Nachmittag oder heute Vormittag auf. Ja, wer da drauf Bock hat, also einmal Korallentalk bei Korallen Basler und natürlich ein bisschen was über das Geschäft gleich noch erfährt und über Günther selber, der bleibt dran. Wir freuen uns. Ja, wir stehen jetzt vor deiner Mittelgroßanlage, die mir immer sehr, sehr gut gefallen hat und auch heute wieder sehr gut gefällt, weil du auch tatsächlich immer schon ein bisschen speziellere Tiere da hast. Wie ist es dir denn in den letzten zwei Jahren so ergangen? Ja, ich habe noch größeren Wert gelegt auf Qualität der Korallen. Ich habe einen großen Anteil darauf gelegt, die Wasserqualitäten und die Tiere in einer vernünftigen Optik zu präsentieren und habe auch da Unterstützung von der Firma Vornamarin bekommen. Das heißt, wenn ich Wasseranalysen einschicke und wenn ich da Fragen zu habe, steht der Klaus Schumacher jedes Mal bereit und hilft mir. Und mittlerweile bin ich aber auch in der Lage, alles fast selber zu erledigen. Ja, wichtig ist eigentlich, wenn ich so eine Anlage betrachte, da sollen keine Plagegeister drin sein. Die Korallen sollten in dem Vernünftigen vernünftig stehen und da sage ich mal ganz einfach, legt der Kunde auch Wert drauf. Und mittlerweile kommen noch Kunden nach hier, das sind Top Aquarianer, die also ganz genau wissen, wenn man hier in der Anlage reinguckt, welche Qualität an Korallen hier vorhanden ist. Und da ist also ganz einfach Pflege, die in der ganzen Woche hier passiert, sodass ich dann auf Samstags fokussiert alles vernünftig hier präsentieren kann. Genau, aber man kann dich ja auch so anrufen und nachfragen, ob du da bist und man kann kommen oder am Samstag dann fest. Genau, in der Woche mache ich alles gerne mit Termin, kurzer Anruf, dann sage ich, kein Problem, Termin steht und dann können die Kunden noch unter der Woche kommen. Du bist einer von den ersten fünf ICP-Fachberatern von Vornomarin. Ja, da bin ich... Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was müsst ihr denn da tun, um dieses Zertifikat zu bekommen? Also da bin ich ganz stolz drauf. Da glaube ich schon mal, der hat mich angerufen, hat gefragt, könntest du dir das vorstellen, ICP-Berater von Vornomarin zu werden? Und da habe ich da erst mal gefragt, ja, wie sieht das denn aus? Dann hat man in einem Gespräch erklärt, dass eben die Leute auf der Seite bei Vornomarin, wenn sie eine ICP abgeschickt haben, einen Berater anwählen können. Dann kommt die komplette ICP auf meine Webadresse und dann habe ich Zugriff da drauf. Und wenn der Kunde... Dann melde ich mich bei den Kunden und sage, hier, die ICP ist vorhanden, unter der Nummer kannst du mich gerne zurückrufen, Zwecksberatung. Dann muss der Kunde das auch tun. Ich telefoniere nicht hinterher. Ich kann dir gleich mein Handy aufmachen und dann kann ich dir mal zeigen, was in den letzten zwei Monaten hier passiert ist. Das ist unfassbar. Aber der Erfolg ist ganz toll. Und zwar ist also ein Lehrgang nötig bei Vornomarin und den habe ich mit Klaus Schumacher selber gemacht. Das dauert zwei bis drei Stunden. Ich vermute die Interpretation der ganzen... Wasserwerte, vor allen Dingen der eher problematischeren. Du bekommst einmal dieses Gerät erklärt, wo die Wasseranalyse gemacht wird. Dann, wo du darauf achten sollst, welche Parameter ganz wichtig sind. Dann wird gezeigt, welche Wasserwerte miteinander abhängig sind. Was ist zu korrigieren? Und das war anfangs ganz, ganz, ganz schwierig. Da ist alles auf mich reingeprasselt. Das schaffst du nie. Ja, wie soll ich... Ich muss... Wasseranalytik. Ja, ich muss ja hier als ICP-Berater stehen und muss dir als erfahrener Aquarianer Paroli bieten können. Richtig. So, und dann habe ich also mit Klaus Schumacher auch ein paar Telefonate gehabt, den Lehrgang absolviert und dann kam noch eine kleine Nachschulung und dann hat man mir dieses ICP-Zertifikat. Ich finde es das Richtige, dass es Fachberater gibt, die tatsächlich dann den Aquarianer unterstützen, weil jetzt nur die reinen Werte zu bekommen, ist das eine. Aber die Interpretation... Der Umgang, ja. Das umzusetzen, das ist das andere. Wie du sagst, es gibt ja Abhängigkeiten, es geht ja oft schon los, dass einer statt 35 PPT nur 34 hat, dann haben wir ja schon, dann sind die Werte schon verschoben. Genau. Ne, sagen wir mal so. Es gibt sogar eine Information, dass wenn die PSU ziemlich weit unten ist, dann kannst du Koranenzusätze im Becken tun, so viel du willst. Die nehmen das gar nicht auf. Das heißt, eine Voraussetzung ist tatsächlich, dass du nah an den PSU 35 bist. Die optimale Wassersalidität. Genau, genau. Und ich muss noch eins sagen, in diesem Lehrgang und in diesem Umgang mit Fauna Marien habe ich in den drei Monaten, wo ich das jetzt mache, mehr gelernt als fünf Jahre davor. Ja, da sieht man mal, was intensives Training eigentlich nach sich zieht. Also ich finde es gut, das ist ja für die Endkunden das Wichtigste. Wir sind ja heute in der Lage, tatsächlich diese Geschichten besser zu verstehen und dann damit auch die Becken besser zu betreuen. Ja, und du hast die Möglichkeit, über diese ICP-Analyse so viel Informationen zu bekommen, dass man also dann hingeht und sagt, ich kann jedem helfen. Ich kann jedem tatsächlich helfen. Das ist machbar. Ja, top. Günther, wenn wir schon hier sind, dann wollen wir natürlich auch im Detail gucken, was das für Spezialitäten-Tiere wieder da ist. Ich sehe ein paar Interessante. Also, leg los. Ja, also ich habe hier ein bisschen Ordnung geschaffen und habe gesagt, wir sortieren die Korallen etwas. Wir fangen hier vorne an mit ein paar ganz tolle Gonyuporas und Alviuporas. Das sind auch alles kleine Zuchttiere, die also selbst gezüchtet werden, fragmentiert werden. Dann haben wir hier auf der Seite die tollen Bugattis, einmal die normale Bugatti, die Fleming Bugattis. Auch hier ist ein kleiner Ablieger gemacht worden. Dann haben wir da vorne im ganzen Bereich Montiporas. Also, alles thematisch zitiert. Also, das ist ein kleiner Ablieger. 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 Dann haben wir hier noch ein paar Logophilias, Drachophilias, ein paar Fungias, die hier liegen. Auch zum Teil hier ein ganz tolles Muttertier, was jede Menge Ableger produziert. Hast du das nochmal schon? Die hatte ich nicht. Nein, die hatte ich nicht. Siehste? Aber wunderschön. Und dann kommt eigentlich so ein kleines Highlight und Steckenpferd von mir. Euthilias. Hier sind alles die Muttertiere. Das sind die Großen. Und wenn wir ein klein wenig weiter gehen, sind alles Ableger. Hier sind auch nochmal ein paar kleine Highlights. Das ist die Golden Torch 24K dabei. Da ist die aus Indonesien. Die Toxy Green. Und wenn wir ein bisschen weiter gehen, gibt es hier jede Menge kleine Ableger. Die dann natürlich preislich für den Einsteiger interessant ist. Da liegen noch ein paar schöne Scheiben an den Monen. Und da liegt noch eine schöne Hellophungia. Genau. Und neben der Hellophungia, da ist der... ist auch so eine schöne kleine Hellfire. Die so richtig farblich. Die sind natürlich wirklich schön. Mal gucken, dass wir das schön drauf kriegen. Die sind wunderbar. Ja. Ja. Passt gleich alles mit drauf. Wunderbar. Drüben sind noch ein paar schöne Sachen. Da würde ich vielleicht nochmal ganz kurz hingehen. Große LPS. Ja. Einmal liegen hier einige Scheiben an den Monen drin. Ja. Da liegt so eine schöne, ja ich sag mal so Senffarben gelbe, eine Ricodea Florida in XXL Format. Richtig groß, ja. Und eine Cantophilia. Und, ja. Aber die sind natürlich auch preislich eine andere Hausnummer. Ja, das ist halt alles tatsächlich auch etwas teurer geworden, das muss man sagen. Genau. Jetzt sind wir beim Frühstück, ne? Ja. Es isst aber keiner. Trinken alle noch Kaffee. Trinken wir schon hin. Guten Morgen hier in der Runde. Ich begrüße ganz freundlich Claudia, die heute die Möglichkeit hat, an der Kamera zu sein. Mein Freund Robert, der die Einladung gefreut ist, heute bei dem kleinen Frühstück hier dabei zu sein. Und natürlich meine lieben Aquarianer und Aquarianerinnen, die heute gekommen sind und an dieser kleinen Talkrunde teilnehmen möchten. Genau. Wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Produkten von der Meerwasser-Aquarestik, haben wir Ihnen einen Anschlusspartner, der hier und da mit Sicherheit Hydrat und Tarte zur Seite steht. Wenn ihr Fragen habt zum Korallen-Magazin oder zum Salten-Meerwasser-Aquarestik, wird er euch mit Sicherheit einen Ausruf geben. Und jetzt möchte ich euch bitten, auch tatsächlich Fragen zu stellen. So, jetzt geht's los. Ja, ich auch nochmal kurz erstmal vielen, vielen Dank. Die Idee eines gemeinsamen Frühstücks mit einer Korallen-Freunde-Runde finde ich total toll. Ich hoffe, ihr habt ein paar Fragen mitgebracht und ich hoffe natürlich inständig, ich kann sie auch beantworten. Okay. Wer möchte was loswerden? Ich würde mal sagen, ich fange jetzt an und ich sage, ich glaube das meiste, was dieses Jahr die Aquarianerinnen und Aquarianer bewegt hat, sind die in immens gestiegenen Preise allgemein Lebenshaltungskosten und natürlich im Besonderen die Energie. Und wie wir alle wissen, ist unser Aquarium ja irgendwie dann doch ein Verbraucher, den wir beachten müssen. Und wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem einfach mal ein Beispiel konfiguriert, so ein 216-Liter-Becken, 60-60-60. Und haben wirklich darauf geachtet, dass ein geringer Stromverbrauch dafür angesetzt wurde, aber trotzdem vernünftig. Also war ganz interessant, gab es auch viele Rückmeldungen dazu. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Habt ihr auch Probleme mit den Energiekosten? Wer möchte da was zu sagen? Ich lasse erstmal auf mich zukommen. Es ist noch nicht angekommen? Nein, also doch, schon ist es angekommen, aber ich sage jetzt mal momentan das, was muss, muss. Und ich sage jetzt mal, wo das hingeht, wissen wir eh noch nicht. Ich habe jetzt eine Photovoltaikanlage, die jetzt aufs Dach kommt. Perfekt. Aber ja, für den Rest müssen wir gucken. Ja, das stimmt. Wie groß ist das Becken, wenn ich fragen darf? 500 Liter. 500 Liter, ja. Was hast du für einen Verbrauch? Hast du das schon mal überschlagen? Also ich tendiere so zu neun bis zehn Kilowatt in 24 Stunden ungefähr. Ich denke... Ja, ja, ich habe das mal bei 450er gemessen und das dürfte so in etwa hinkommen. Die Abschäumer sind ja, das muss man ja auch mal sagen, die Industrie hat ja in den letzten Jahren schon, die Produkte, die auf dem Markt sind, die verbrauchen tatsächlich relativ wenig. Also der Abschäumer war eins der Gerätschaften, die am allerwenigsten verbrauchen. Danach kamen Strömungspompen. Das meiste ist natürlich Licht. Auch da kann man natürlich, wir sehen es jetzt beim Günther ja auch, der arbeitet auch mit LED. Es gibt natürlich noch viele Leute, die haben noch Hybridbeleuchtung drüber. Das ist natürlich dann nicht zu verachten, dass da schon ein gewisses Einsparpotenzial drin ist. Das heißt, nur auf LED umzusteigen und natürlich dann die T5 zu reduzieren, das ist jetzt natürlich. Aber das ist tatsächlich so, da kann man sparen. Ansonsten glaube ich, Rückförderpumpe kriegst du nicht weg. Strömungspumpe im Becken wissen wir selber. Der eine mehr, der andere weniger. Hat ja auch ein bisschen was mit dem Aufbau und den Tieren zu tun. Das heißt, habe ich viel LPS, brauche ich weniger Strömung und habe ich viel SPS, da brauche ich deutlich mehr Strömung. Vor allen Dingen, wenn die mal gewachsen sind und, naja, das Korallenskelett im Prinzip ja den Wasserfluss vermindert. Also da muss ich natürlich irgendwann mehr haben oder vor allen Dingen vielleicht auch mehrere verschiedene Strömungen. Also da stimmt schon, Licht ist mit der wichtigste Punkt. Danach kommt gleich die Heizung. Ich konnte es nicht messen. Ich habe im Internet mal geguckt, bei Google, da gibt es dann so eine Formel, aber ob die für jeden anwendbar ist. Man weiß weder die Ausgangstemperatur im Raum, ich weiß nicht auf wie viel Grad jemand sein Becken hält. Ich war einmal bei 23 bis 23,5. Günter liegt ja bei 24 ein bisschen drum. Also 23,5 ist durchaus ausreichend meiner Meinung nach. Das heißt, da haben wir schon mal 1,5 Grad, die man runtergehen kann. Ich habe es gemacht, weil ich viele Tiere aus tieferen Arten hatte und ich gemerkt habe, das stört eigentlich kein Lebewesen, das bei 23,5 Grad nicht zurechtkommt. Also das sind halt so solche Dinge. Unter welcher Temperatur sollte denn die Beckentemperatur nicht fallen? Ja, also ich sage mal so, dauerhaft sollte man 22 Grad auf keinen Fall unterschreiten. Es gibt eben manche Tiere, die nehmen einem das übel. Es gibt aber genug, die auch mal kurzzeitig 22,5 Grad da nichts sagen. Also wenn es mal zum Ausfall kommt oder so, das macht in der Regel nichts. Hätte denn eine höhere Temperatur einen positiven Effekt, wenn man auf 24 geht oder 25? Es heißt, ich kann es nicht selber nicht bestätigen, es heißt aber, dass bei 24,5, 25 das Wachstum etwas höher ist als bei 23 Grad. Aber ich habe als wirklich wunderbares Mittelniveau für mich festgestellt und da gab es die Stromsorgen noch nicht. Gut, aber das ist jetzt, was man ab 1.1., ich zumindest, habe den Brief vom Stromversorger gekriegt, dass er dann kräftig erhöhen möchte, mehr als das Doppelte, ja dann eine Temperaturabsenkung durchaus ein adäquates Mittel ist, um das Ganze ein bisschen runterzuziehen. Man kann vielleicht dann noch das eine oder andere machen, also das ist ja immer so eine Sache. Wie warm ist es in der Umgebung, wie gut, ich kann manchmal auch ein Becken, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Styropor, wenn ich ein Becken habe, das hier an der Wand steht, kann mit Styropor hinten dran arbeiten oder kann unten drunter das abdecken. Wenn ich sogar oben drauf abdecken kann, was aber meistens nicht unbedingt schön ist, aber auch da lässt sich einiges sparen, aber das muss man tatsächlich auch mal ausloten. Wir sind da alle, glaube ich, noch ein bisschen auf Neuland unterwegs. Ich merke halt nur diese Sorgen der Aquarianerinnen und Aquarianer, die halt wirklich alle sagen, kommt natürlich von denen, die viel Geld haben, oft immer, ja dann muss man solche Tiere nicht halten. Das ist Quatsch, weil wir haben alle mal klein angefangen und hatten vielleicht mal nicht so viel Geld, was man dann vielleicht mit 50 dann doch hat. Nur man muss halt auch die normalen Aquarianer mit berücksichtigen und ich finde, das ist halt dann schon ein wichtiger Punkt. Also wir haben halt grob gesagt, so für so ein 220 Liter Becken muss man so ohne Heiz so 24 Euro ungefähr rechnen. Mit super Technik vielleicht ein bisschen mehr, aber nicht wirklich viel. Wir haben sogar die Strahlton mit reingenommen, die ja nur auch wirklich ein sehr gutes Licht macht, die meistens gar nicht so hoch läuft wie andere Lampen vielleicht. Ich weiß nicht, wie viel hast du Prozent bei dir? Bei den... Wir laufen beide auf 60 Prozent, blau und weiß. Genau. Nochmal. Ne, wir haben es schon weiter laufen. Achso. Also 60 Prozent, das kann man sich ausreden, was hat die Lampe an Watt, wie viele Stunden läuft sie und wie viel, wenn die auf 60 Prozent läuft, was wird dann ungefähr an einem Tag verbraucht. Ja, hier habe ich auch einen Vorteil, wir haben hier drauf Rot-Rot-Tai und habe jetzt in den Wintermonaten auch die Beleuchtung umgestellt. Das heißt, ich fange jetzt morgens schon um 8 Uhr an, höre aber dann schon um 17, 18 Uhr auf, weil um 16 Uhr habe ich keine Sonne mehr. Es ist alles dunkel und dann habe ich das alles nach vorne verborgen. Okay, also angepasst auf den Verbrauch im Aquarium. Ja, dazu muss man auch sagen, die Frage ist auch immer, 10 Stunden sollte mindestens sein die Beleuchtung, 12 Stunden kann man, aber über 12 Stunden darf es ja auch nicht gehen, das sollte man nicht machen. So, jetzt darfst du. Begünstigt man denn eventuell durch niedrige Temperaturen den Wachstum von eventuell irgendwelchen Mitbewohnern, die man nicht so gerne hätte? Bakterien oder Algen, oder ist das generell vernachlässigbar? Also da bin ich tatsächlich überfragt. Also ich würde sagen nein. Also ich glaube eher, dass Algen natürlich auch bei höheren Temperaturen besser wachsen als bei niedrigeren. Aber ich glaube, das ist jetzt eher ein Beiwerk, also nicht das Ziel oder der Zweck. Also ich glaube nicht, dass das einen ausschlaggebenden Punkt hat. Also dann wahrscheinlich eher durch das geringere Wachstum eventuell. Ja, also diese 1,5 Grad werden den Tieren nichts machen, da wird es auch den Plagen nichts machen. Also ich denke immer, da geht es eher darum, dass ich nicht immer unbedingt auf 25 Grad hochheizen muss. Und wenn man so mal im Lexikon zum Beispiel guckt oder auch in den Nachschlagewerken, die tropischen Temperaturen, die gehen halt oft zwischen 22 und 28 Grad. Wobei, wenn Tiere gesund stehen, können die auch mal 29 kriegen, aber dann wenn sie über 30 längerfristig sind, dann wisst ihr selber, dann kann es zu Bleaching kommen. Tiere, die dann nicht mehr gut stehen. Gut. Dirk hatte noch was, glaube ich. Du hast das beste Beispiel gerade genannt in der Umstellphase. Wie viel konntest du jetzt sparen bei der Veränderung deiner Beleuchtung? Ja, ich bin von der Adi Hybrid 4x80 Watt mit 3x75 Watt LED umgestiegen auf zwei Start-ons Pro und liegt jetzt von 640 Watt auf knapp 290 Watt. Ja, also das ist natürlich schon, ja. Warte kurz. Kommt auch ein bisschen darauf an, was man für Tiere hält letztendlich. Wenn es jetzt reine SPS ist, dann sollte man mit der Temperatur schon ein bisschen höher sein. Ja. Ich habe zum Beispiel nur LPS drin, fahre mit 23 und das schon seit langer Zeit. Genau. Also das stimmt. Also wir haben, ich kann ja mal das Beispiel von so einem holländischen Spezialbecken nehmen, da ist fast nur so 22,5 Grad drin. Und wir haben auch vorhin gesagt, es ist tatsächlich so, dass bei 23,5 Grad wahrscheinlich die Tiere nicht ganz so schnell wachsen wie bei 25 Grad. Jetzt nur bei SPS. Aber das ist auch, glaube ich, weiter nicht schlimm. Also das stimmt schon. Es ist nur einfach so, dass heute LED tatsächlich dann, unabhängig jetzt von den Strompreisen, die bessere Wahl ist. Also man muss nicht unbedingt ein Hybrid drüber haben. Es geht auch anders. Aber guter Einwand. Wer hätte gerne noch was dazu beigetragen? Wie sieht das denn aus mit Abschaltung zum Beispiel von UVC-Kleber oder anderer Testschmeck? Also, okay, sollte ich empfindliche Fische halten? Also ich bin seit 1995, 1994, 1993 Aquarianer und ich habe in all den Jahren nur mal zu Testzwecken einen UV-Kleber benutzt. Aber ich habe ja auch nie so super empfindliche Fische gehalten. Also das heißt, habe ich ein paar Läppendoktor drin oder habe ich sogar noch, was weißens so die Gröner Königskleise ist ja der Weißkill-Doktor. So was würde ich nicht pflegen ohne UV. Aber ein normales Becken muss eine UV-Anlage nicht unbedingt sein. Aber um aus Stromgründen das zu sparen, würde ich dann auch nicht machen. Weil es ist ja so, wir wissen, oder die meisten sollten es wissen, wenn ich eine UV habe, dauert das ungefähr drei Wochen, bis die Entkeimung höchstmöglich ist. Stecke ich das aus, ist 24 Stunden später eigentlich der Punkt von drei Wochen erreicht. Also das heißt, die Keimzahl geht ganz, ganz schnell wieder hoch. Auch da streiten sich die Geister, ob das immer so gut ist, wenn das so rein ist. Aber es spricht nichts gegen eine UV. Nur aus Stromgründen dann diese, was haben die so, 10 Watt, 9 Watt, 10 Watt, je nach Beckengröße. Also das würde ich dann auch nicht machen. Aber meine Grundeinstellung ist, sie ist nur dann notwendig, wenn ich heikle Fische habe. Kann einem halt einen Arsch retten, ne? Also hoffe ich konnte das einigermaßen beantworten. Wir haben wieder jemand Neuen, wir filmen, ne Quatsch. Alles gut. Weinen haben wir noch. Wie ihr seht ja, der Günther ist in der Zwischenzeit am Anlagenoptimieren. So muss das sein, ne? Immer einen nassen Finger. Das ist jemand, der sein Aquarium 8 Minuten Topf treibt. Und der macht das ein bisschen fein schütteln. Und da kann er jetzt gerne was darüber erzählen. Dirk wollte ich sowieso sprechen. Aus einem einfachen Grund. Und da sind wir vielleicht auch ein bisschen beim Thema Messwerte. Guckt mal im Netz, Dirk Jansen, das Becken. Das hat ja 80.000 Aufrufe. Das ist ein kleineres Becken. War gleich zu Anfangszeit dieser unsäglichen Krankheit. Im, glaub April 2020, ne? Im Februar 2020. Und der Dirk hat jetzt sein Becken ein bisschen umgestellt. Und zwar hat sich von normalen Acroporas verabschiedet und geht in Richtung der sogenannten Signature-Korallen. Signature-Korallen sind besondere Tiere, die besondere Farbvarianten oder Ausfärbungen zeigen. Und da ist er gerade dabei, mit Tenuis nehme ich an, Acropora Tenuis weitestgehend, das Becken neu zu gestalten. Und das ist tatsächlich so, da kostet so ein Pöppel halt dann 100 Euro von so einem besonders schönen Tier. Richtig? Richtig. Und jetzt erzähl mal, warum machst du das? Warum steigst du jetzt so in diese Tenuis-Farbvarianten ein? Ich darf den Namen nennen, ne? Ja, klar. Also das ist einmal Toms Korallen ganz klar aus Berlin, dann der Matthias Kraus, das sind halt so die in Deutschland bekanntesten, Claude Schuhmacher von vorne Marien, die haben so ein bisschen animiert dazu halt. Ja, ja, ja. Dieses System Ball in Light gibt es einfach her, das System so individuell einzustellen und solche Erfolge zu haben, mit viel Aufwand natürlich. Und wenn man sich Bilder von Matthias Kraus anguckt oder die Ableger von Tom anguckt, das reizt irgendwann und da will man dann versuchen hinzukommen. Ja, vor allen Dingen ist es ja schön mit der ganzen Namensgebung, die es so gibt, ne? Claude Monet zum Beispiel, das ist auch eine von den schöneren Signature-Korallen. Also da geht es einfach darum, tatsächlich eine Koralle aufgrund der Versorgung und aufgrund des Lichts und des Lichtdrucks tatsächlich dazu zu kriegen, die muss natürlich diese Anlage mitbringen, wenn sie die nicht hat, dann wird sie auch nicht mehrfarbig. Aber diese Tiere, die können dann teilweise fünf Farben zeigen in so einer Acropora. Und das ist dann, gilt als die hohe Kunst der Aquaristik, der SPS-Aquaristik. Wobei ich sage immer, das ist eher der kleinere Teil der Bevölkerung, der das so praktiziert, aber da geht es halt jetzt hin. Und Dirk macht das ja auch schon viele Jahre, die Aquaristik. Ja, und dann ist es ja so ein bisschen wie Hobby par excellence, ne? Ja, weiterentwickeln, ne? Naja, war klar, also jetzt auch mal gucken, ne? Wie läuft es, wo geht es hin? Ja, bin mal gespannt. Wir könnten ja vielleicht ein paar Bilder noch einfügen und mal was zeigen von dessen Signature-Korallen. Also das ist schon sehr spannend. Aber nicht jedermanns Sache. Ist Hobby, ne? Also der eine Fünfte hat das Fünfte schön, der andere Fünfte apropos schön. Genau. Insofern, wie oft machst du jetzt ICP? Alle vier Wochen. Alle vier Wochen. Was ist auffällig? Gut, die sind jetzt noch nicht so groß gewachsen. Es gibt schon irgendwelche, wo du sagst, das zieht mehr, das ist weniger. Aktuell tatsächlich noch nicht. Also der Umbau ist ja jetzt, halte ich ja gerade mal her, ne? Die ganzen Akuphora-Stöcke, die man jetzt zum Beispiel Granat-Akkus bezeichnet, sind rausgeflogen. Ich habe ein bisschen an Ablegern nachgeholt und da kann ich den ICP jetzt noch nichts feststellen. Also das ist alles so ein bisschen fein hier. Ja, ja, ja. Ja, super. Aber auch da, tenuis, da braucht man tatsächlich viel. Warte, warte kurz. Mein Name. Werden denn alle Elemente ausgeglichen in der ICP? Oder übersiehst du manche, wo du sagst, das ist absolut nicht notwendig, mit drin zu haben? ob es jetzt ein Nullwert ist oder auch? Ja, so super mega drin bin ich da jetzt nicht. Also ich habe mich ja wirklich sehr darum gekümmert die letzten zwei Jahre, aber ich gleich wirklich tatsächlich alles aus und ich gleich auch tatsächlich Sachen aus, die nicht empfohlen werden in der ICP. Das heißt, wenn ich sehe, ich bin irgendwo aus dem Toleranzbereich und es ist keine Empfehlung und ein Begegnis ist okay, gleiche ich es trotzdem aus. Also ich gehe wirklich an jeden einzelnen Wert ran. Wie gesagt, meine Vorhörer sind ein bisschen der Matthias Kraus, der Tons Korallen. Und der Klot gibt halt mit seinem Meerwasser in seiner Wissensdatenbank sehr viel Wissen weiter jetzt, was uns echt weitergebracht hat. Und da halte ich mich halt dran. Stimmt, du kriegst ihn jeder, also wenn du jetzt das Wort Kalzium in der Wissensdatenbank eingibst oder Kalium oder Bohr oder Brom, du kriegst zu jedem Begriff eine Erklärung. Sehr aufschlussreich. Wo man sich schon selbst informieren kann und den Rest macht dann tatsächlich dann, so wie jemand wie der Günther, gibt es ja jetzt verschiedene Fachberater, die dann dem Kunden auch helfen, weil nicht jeder will sich da in dieser Tiefe oder kann sich in dieser Tiefe mit diesen vielen verschiedenen Wasserparametern beschäftigen. Früher gab es halt für uns tatsächlich nur Nitratphosphat, Calcium, Magnesium und KH und pH. Das war es. Und heute haben wir noch 50 andere Werte. Und wie wir wissen, ist tatsächlich so, dass es eben... Es gibt Dinge, die wissen wir heute noch gar nicht, die damit zu tun haben, warum eine Koralle manchmal zickt, weil der eine Wert nicht ist wie der andere. Und je mehr wir da ein Wissen erlangen, und da gibt es ja viele Firmen, die das im Bezug möglich gemacht haben, desto besser ist es für uns Hobbyisten, dass die Tiere einfach noch weniger kaputt gehen, noch mehr vermehrt werden können. Genau. Also alle vier Wochen ICP regelmäßig. Ja. Gut. Wer macht, wenn ich fragen darf, wer macht noch ICP? Oder wer hat schon eine gemacht? Und wer hat... Fangen wir mal so, wer hat noch nie eine ICP gemacht? Niemand. Das ist schon mal gut. Wie häufig? Wer macht das alle drei Monate? Ich gebe das Mikrofon einfach mal weiter. Haha, das ist... Also alle drei Monate. Alle drei Monate. Gut. Was ist so die letzte, was musste korrigiert werden? Weißt du das noch aus dem Kopf heraus? Ja, KH hatte ich zu niedrig, auf jeden Fall. Meine Salzdichte ist sehr hoch. Ja. Ja, sonst war ja alles im Arm. Gut, die Salzdichte lässt sich ja relativ leicht. Also Calcium ist schwieriger auszugleichen, als die Salzdichte. Obwohl, da muss beim einen auch noch Wasser raus und neues Wasser rein. Aber ja, KH ist tatsächlich ein Wert, den habe ich immer jede Woche gemessen. Also der sollte bei Steinkorallen eigentlich immer im Auge behalten werden. Das ist wohl wahr. Ja, der Rest, wie gesagt, ich habe jetzt auch kein Problem damit, wenn einer mal ein bisschen Nitrat, ein bisschen Phosphat im Becken hat. Das sollte nur nicht dauernd schwanken. Ansonsten ist das nicht so dramatisch. Oder wie seht ihr das? Schwanken ist schlimmer wie ein höherer Wert? Definitiv. Gut. Wer hätte gerne noch? Wer hat noch nicht? Was haben wir noch zu erzählen? Ach so, ja, wir wollten noch was erzählen. Stimmt. Also unser Magazin gibt es jetzt dann fast drei Jahre. Wir haben also tatsächlich auch, wobei Dirk waren, kurze Zeit später mit dem Magazin begonnen. Weil wie ihr alle wisst, dieses Magazin ist kostenlos bisher und trägt sich durch die Werbung, die in dieser Zeitschrift platziert ist. Sonst würde es gar nicht gehen. Aber bei uns ist es jetzt auch so, dass die letzten, ja, seit April 2020, als das losging, hat sich mittlerweile Papier und Druck auch verdreifacht. Also man kann ja sehr offen sagen, wir zahlen fast 14.000 Euro im Quartal. Dazu kommt, die Firma Fahner Marien macht über ihr Netzwerk für uns den Versand der ganzen Pakete an die Händler und auch teilweise auf Palette, je nachdem, wie groß die Händler sind. Das heißt, auch da hat sich das mittlerweile verdoppelt. Das heißt, dass wir da mittlerweile von relativ großem Batzen Geld sprechen, den wir einfach nicht mehr, ja, wir können es nicht mehr, nicht mehr zahlen. Und aber das Magazin weiter anbieten zu können, haben wir uns dann irgendwann überlegt, wir werden in Zukunft vom Handel einen Euro nehmen, plus Mehrwertsteuer, 7 Prozent, und hoffen, dass die Kunden das nach wie vor stark nachfragen, so dass der Handel im Prinzip gerne dieses Magazin bei uns bezieht und das für die Kunden bereithält. Und ich wollte euch mal fragen, ob hier jemand damit ein Problem hätte, dass wir tatsächlich dafür jetzt vom Handel Geld nehmen. Der Handel kann natürlich sein, dass der Handel von euch Kunden dann Geld nimmt, wird aber wahrscheinlich jetzt nicht so allzu teuer werden, aber es kann auch so sein, dass wenn einer eine Koralle kauft, für 30, 40 Euro, dass sie dann vielleicht dabei ist. Günther ist der Erste, der was dazu sagt. Ja, jetzt haben wir hier einen Händler. Ich werde natürlich hingehen und werde die Zeitschrift nach wie vor kostenlos an euch weitergeben. Und das halte ich also für ganz vernünftig, dass man sagt, wenn die Kosten dort steigen, okay, aber die Zeitschrift, die hier geordert wird, die ist weiter kostenlos. Das ist toll. Ich freue mich über einen Applaus. Das ist tatsächlich super. Dann sage ich schon was dazu. Ja, gerne. Also ich finde persönlich, dass es mehr wie gerechtfertigt Geld dafür zu nehmen. Ich bin auch Geschäftsmann und wundere mich immer wieder, was man für ein Wissen erfahren kann. Du hast das Internet, von einer Datensbank, hier den WePodcast und so weiter und so fort. Und mir das alles, so viel Wissen im Prinzip umsonst haben, das wundert mich persönlich immer. Ich finde persönlich, das ist gerechtfertigt, ganz klar Geld dafür zu nehmen. Ja, das ist toll, vielen Dank. In dem Sinne, das ist jetzt so die Ankündigung auch für die Aquarianer da draußen. Ja gut, also das war zum Magazin. Ich hoffe, das reicht. Das ist echt thighs. Ja gut. Danke. TutKack. Ich versuche sie nicht. Ich versuche sie nicht mehr. Und das ist dievaluegeekname. Ich versuche sie nicht mehr.